Binance Labs unterstützt 200 Millionen Dollar Oasis Ecosystem Fund Binance Labs, der Venture Capital, VC, Arm der Kryptowährungsbörse Binance, gab am Dienstag bekannt, dass er zum 200 Millionen Dollar Ökosystementwicklungsfonds der Oasis Foundation beitragen wird. Mit der Investition unterstützt Binance Labs zusammen mit anderen bekannten VC-Firmen das Oasis Network, eine alternative Smart Contrast-Plattform, die mit Ethereum konkurrieren will. Wie Cointelegraph im November berichtete, hat die Oasis Foundation zunächst einen Entwicklungsfonds in Höhe von 160 Millionen US-Dollar aufgelegt, um vielversprechende Start-ups in ihre Blockchain zu locken. Neben Binance Labs sind Hushit, Jump Capital, Dragonfly Capital und Draper Dragon weitere namhafte VC-Firmen, die den Ökosystementwicklungsfonds unterstützen. Bill Chin, der den Binance Labs-Fonds leitet, nannte die Skalierbarkeit und Datenschutzfunktionen des Oasis Network sowie seine Fähigkeit, die Web3-Entwicklung voranzutreiben, als Gründe für die Unterstützung des Projekts. Binance Labs hat in den letzten zwölf Monaten in mehrere Blockchain-Projekte investiert. Wie Cointelegraph berichtete, führte die VC-Firma im Dezember eine 60-Millionen-Dollar-Investitionsrunde in das kettenübergreifende Protokoll Multichin an. Einige Wochen später gab Binance Labs bekannt, dass es an der 12-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde der Serie A von Wool Network teilgenommen hatte. Verwandt, OpenSea sammelt 300 Millionen US-Dollar für verschlüsselten digitalen Marktplatz. Wagnis Capital hat 2021 in der Blockchain-Branche großen Aufsehen erregt, wobei Investmentfirmen in den ersten 10 Monaten des Jahres über 17 Milliarden US-Dollar in kryptofokussierte Projekte investiert haben. Die Investitionsströme waren das ganze Jahr über konstant, auch wenn Bitcoin, BTC und der breitere Kryptowährungsmarkt turbulente. Hi guys, this is Gensham, welcome to WTN Crypto. If you want to more update regarding WTN Crypto, then subscribe our channel, press the bell icon. And thanks for watching our video, thank you very much.